Im heutigen Ausblick auf die Märkte geht es um Apple und um schwarze Schwäne und damit herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, eben zu diesem Ausblick, wir hatten gestern die Zahlen von Apple, auf die sich der Markt, so hatte man das Gefühl, vor allem an der Wall Street, schon vorher ein bisschen gefreut hatte und hurra, sie waren natürlich besser als erwartet, vermeintlich besser als erwartet, kann man vielleicht sagen, Umsatz besser, iPhone-Verkäufe besser, Gewinn besser, allerdings wenn man sich den Gewinn anschaut, Net Income, dann ist das ein Rückgang nach wie vor im Vergleich zum Vorjahr um ein paar Milliarden. Also man muss die Dinge da auch mal ein bisschen in Relation setzen. In Relation setzen sollte man auch, dass die eigentliche Kerngeschichte dieser Apple-Story, auf die der Markt ja setzt, nämlich, dass sich das Unternehmen von einem Hardware-Anbieter hin zu einem Dienstleistungsunternehmen wandelt, dass dieses Versprechen nicht so wirklich eingehalten wird. Wir sehen, dass die Umsätze enttäuscht haben im Service-Bereich nur 12,72 Milliarden Dollar, da war eigentlich 12,98 erwartet. Das ist schon eine Enttäuschung und wenn wir uns mal die Relation anschauen, zum Beispiel zum Umsatz, den das Unternehmen in China macht, dann sind wir da bei 13,58 Milliarden Dollar. Das heißt, in China ist der Umsatz von Apple höher als im gesamten Service-Bereich des Konzerns weltweit insgesamt und das zeigt die Relationen, dass hier diese Wandlung von dieser Hardware-Firma zu einer Dienstleistungsfirma noch nicht so wirklich vonstatten gegangen ist. Gestern ein Hedge-Fund-Manager bei CNBC, der das auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat, ja, okay, wir haben jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 bei Apple. Normalerweise ist das okay, wenn wirklich hier dieser Wandel komplett erfolgt wäre, ist er aber nicht. Normalerweise haben Hardware-Firmen, wie er sagte, so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis im 10er-Bereich von 10 bis 20, aber eben nicht 24. Hier sehen wir den Umsatz im Service-Bereich, ja, das geht weiter nach oben, aber es ist eben nicht diese Explosion, die der Markt vielleicht eingepreist hat. Ich bin gespannt, wie die Märkte heute reagieren werden, ob man sozusagen das nachbörsliche Plus, etwa 2% bei Apple, ob das beibehalten ausgebaut oder ob da der eine oder andere sich sagt, naja, diese Wachstums-Story im Bereich Dienstleistung, die ist ja eigentlich gar nicht so gegeben, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hatten. Kommen wir zu den schwarzen Schwänen und was wir hier sehen, ist einer dieser schwarzen Schwäne. Zunächst mal die neuesten Coronavirus-Zahlen. Wir haben jetzt insgesamt mehr Fälle als damals beim SARS-Virus, 2002, 2003. Auch die Todesrate oder die Toten sind, die Zahl der Toten ist etwas noch umgegangen, so muss es heißen. Wir sehen, dass China jetzt sagt, oh, es könnte sein, dass angesichts der Umstände wir die Vereinbarungen aus dem Handelsstil mit den USA gar nicht einhalten können, nämlich die Käufe von vor allem US-Landwirtschaftsprodukten. Und hier hat jetzt offenkundig das Weiße Haus sehr aktiv überlegt, ob man alle Flüge nach China streicht oder ob man möglicherweise alle hereinkommenden Flüge aus China nicht mehr zulassen wird. Die Sache ist noch nicht entschieden. Das Weiße Haus hat erst mal dementiert. Aber Southwest Airlines, andere Fluglinien haben schon gesagt, sie werden viele Ziele ab Anfang Februar nicht mehr anfliegen. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich für die Flugindustrie massive Ausfälle. Wir haben aber wahrscheinlich die entscheidenden Ausfälle und das ist der Punkt im Rohstoffbereich. Etwa 50 Prozent aller Basismetalle, die nachgefragt werden, werden in China nachgefragt. Das heißt, das ist die Hälfte des kompletten Marktes für Metalle, für Rohstoffe etc. etc. China ist da der ganz große Treiber, der ganz große Nachfrager. Wir sehen hier, dass Kupfer massiv unter Druck ist. Wir sehen hier etwa die Aktie Freeport McMoran. Da hat gestern der Chef dieser Firma gesagt, das ist ein absoluter schwarzer Schwan. Es wird total unterschätzt, was das bedeutet, wenn China eben diese Nachfrage erst mal einstellt. Und so wie es aussieht, ist diese Nachfrage ja eingestellt bis mindestens 10. Februar. Shanghai, die großen Cities, werden bis dahin zumachen, werden bis dahin nicht geöffnet sein. Reisebeschränkungen etc. Wer weiß, ob es eben nur bis zum 10. Februar ist oder ob die ganze Geschichte länger geht. Also die ökonomischen Auswirkungen, die sind sehr, sehr wahrscheinlich massiv. Das kann man gar nicht unterschätzen. Wir haben übrigens interessante Missverständnisse. Die Suche nach Corona, Corona-Bier vor allem, sind massiv nach oben geschossen. Da werden sich ein paar Herrschaften freuen, die Corona-Bier herstellen. Pumps geht es nach oben. Und wir sehen zum Beispiel auch jetzt sehr betroffen von dieser ganzen Geschichte Luxusgüter. Da sind die Umsätze von LVMH, diesem großen französischen Luxuskonzern, sind 40% schon zurückgegangen. Und das war vor diesen ganzen Reisebeschränkungen, vor diesen ganzen Checkpoint-Schließungen. Also das dürfte massive Auswirkungen für Tourismus, Flug, Luxus, all diese Dinge, die sind davon am stärksten betroffen. Der zweite schwarze Spahn, aber der könnte den Märkten drohen und Donald Trump drohen. Denn der sympathische Herr, den Sie hier sehen, das ist John Bowden, ehemaliger Sicherheitsberater. Nun war die Geschichte die, dass Trump und die Republikaner versucht haben, dieses Impeachment-Verfahren, diese Anhörungen möglichst schnell zu beenden. Zu sagen, ist nicht, da passiert nichts, da ist nichts, Schwamm drüber, zack, vorbei, schon in dieser Woche. Das wird wohl nicht gelingen, denn die Republikaner haben nicht die erforderliche Mehrheit. Nachdem zum Beispiel Mitt Romney, aber auch Susan Collins und andere sagen, wir wollen diesen John Bowden hören, der ja ein Buch geschrieben hatte. Da sind Teile des Manuskriptes von der New York Times am Wochenende veröffentlicht worden. Das will man jetzt sich genauer anschauen und das bedeutet, dass John Bowden auftreten wird als Zeuge, womit diese ganze Impeachment-Geschichte eine vielleicht neue Dimension bekommt. Denn John Bowden hat noch ein paar Rechnungen offen nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus und weiß sicherlich, dass eine oder andere, was für Trump sehr unangenehm werden könnte, dementsprechend dürfte Trump jetzt nicht allzu gut gelaunt sein. Schauen wir mal, wie die Märkte heute gelaunt sind. Wir haben heute wieder jede Menge Zahlen. Heute Abend natürlich die Fettsitzung dazu, mir dann heute im Markt geflüstert. Aber schauen wir uns erst mal die Zahlen an. Boeing 13.30 Uhr, das wird ein absoluter Hingucker. Wir haben AT&T, McDonalds, Mastercard, General Electric, auch das wichtig. Und dann natürlich Tesla um 22.55 Uhr, wahrscheinlich kommt es dann kurz vor Mitternacht. Die Herrschaften sind meistens ein bisschen später dran, Elon Musk und designen. Also das wird heute wieder eine spannende Geschichte. Knapp 150 Unternehmen aus dem S&P 500 berichten ja in dieser Woche, also fast ein Drittel. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, der sich natürlich gefreut hat, weil Apple nachbörslich nochmal gut 2% gestiegen sind. Wir sehen hier diese Freude auf die Zahlen. Dann die Reaktion auf die Zahlen, jetzt kippt es so ein bisschen weg. Hongkong hat heute wieder aufgemacht. Nur 2,5% im Minus, das ist moderat. Ja, da kann man sich sagen, da ist nicht viel passiert. Aber wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. S&P 500, ich hatte gestern S schon thematisiert. Man hat ziemlich genau das Gap hier zugemacht. Man sieht, dass der Wichs weiterhin aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen ist. Also die Wohler ist durchaus angestiegen. Der DAX aktuell 13.341. Und bevor ich es vergesse, die Charts, meine Damen und Herren, die sind von, genau, ich wollte es nicht so klar ausdrücken. Aber Sie wissen, was ich meine. Capital.com, wir sehen den Euro 1, 10, 15. Wir sehen Gold, das ein bisschen wieder anzieht. 1.567 und wir sehen, was ist das? Das ist brutal. 1.564, also das ist die Situation, das ist die Lage. Wir haben schwarzer Schwanen dieses Coronavirus. Die Sterblichkeitsrate ist gering, aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist enorm. Jetzt schon mehr Infizierte als damals bei SARS. Vor allem die Reaktion der Behörden ist das, was entscheidend ist, was ökonomisch entscheidend ist. Die Märkte unterschätzen, was diese China-Story wahrscheinlich an Gewicht, an Dynamik, an Schneeball-Effekt, an Lawinen-Effekt haben dürfte. Die Freude über Apple wird die das Ganze übertünchen. Schauen wir uns heute mal die Zahlen an und heute Abend mehr im Markt geflüstert. Zur FED, da gibt es auch Interessantes zu sagen. Servus und ciao.